Hallo, ich grüße euch zu einem weiteren Intervention 2 Video. Ich glaube, heute wird es ziemlich einfach und zwar am siebten Tag müssen wir hier nur Wasser spenden, nur 50 Liter, das war kein Thema, haben wir auch abgeschlossen und dann bekommen wir, wir schauen, hier schon mal die Kuhle, wir schauen die Rüspel mal aus, das ist eine ganz normale Haffe, ich dachte erst, das ist ja exo, da gehen wir mal im Schießstand runter und Sunglasses kriegen wir hier und alles möglich, ich denke mal, dass dieser Fehler ist, weil eigentlich sollten wir das am neunten Tag kriegen, Schauen wir mal, eigentlich dürfte diese Waffe keinen Schaden anrichten, ich spiele doch nicht allzu weit, hat unendlich Wasser, baut halt bei den Verbündeten Gefahrenschutz auch bis zu 50% und kann es decken, natürlich fünfmal maximal, vielleicht wäre es auch noch irgendwann mal geändert, dass man es bis auf 10 stacken kann, das würde ich vernünftiger finden und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da Laubhaus ergibt, ich glaube es nicht. Was sich jetzt noch ändert, nachdem man die Waffe hat, bis zum 20. August kann man den Loot Goblin natürlich noch verfolgen und nachdem, dass man die Waffe jetzt hier hat, kann die beim Loot Goblin natürlich droppen, da wünsche ich euch viel Glück dabei und dankeschön fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschau. Tschau.